Mittwoch, 23. September, 19 Uhr. Zweite Runde ÖFB Samsung Cup. Wallern gegen Bundesliga-Club Admirer Wacker. Kartenvorverkauf im Gasthaus Scheich in Wallern. Internationales Eurol-Bergrennen von Esthoven rauf nach St. Agatha. Samstag, 26. September, das Training. Sonntag, 27. September, das Rennen. Alle Infos auf bergrennen.at. Die oberösterreichische Landesgartenschau in Bad Ischl biegt in die Zielgerade ein. Letzter Besuchstag ist der 4. Oktober 2015. In der 6. Runde der Bezirksliga Süd empfängt die Union Oberndorfer Gunskirchen die Union-Kollegin aus Alhamming. Die Fußballbegeisterung ist in Gunskirchen auch im zweiten Jahr der Bezirksliga-Zugehörigkeit groß. Über 400 warten auf den Ampfiff durch Schiedsrichter Elmer. Also das entwickelt sich ja schon die letzten Jahre oder schon zehn Jahre glaube ich, dass bei Heimspielen, also Gunskirchen, die Tribüne übervoll ist und wirklich die Zuschauer mitgehen. Und das sehe ich mal bei Auswärtsspielen, dass da die meisten Gunskirchener sind und nicht die heimischen von dort. Und das ist sehr gut. Das ist ein Event am Sonntagnachmittag für viele Familien auch. Die OBW-Fans sehen in Minute 10 die erste gute Möglichkeit ihrer Lieblinge. Nach einer Abdullahu-Flanke ist der Kopfball von Distaric aber kein echtes Problem für Alhamming-Skipper Nowak. Nur zwei Minuten später eine Traumaktion der Dottel. Abdullahu legt mit der Ferse auf Amatrosic ab und der hämmert das Spielgerät aus vollem Lauf in die Gästemaschen. Zwölfte Minute und Gunskirchen führt gegen Alhamming mit 1 zu 0. Erste Minute 20 taucht die Gastmannschaft das erste Mal vor den Heimkasten auf. Die Alhamminger Angreifer aber allesamt zu klein für diese Flanke. Viel näher dran am 1 zu 1 Ausgleich ist der aktuelle Bezirksliga Süd 11. in der 40. Minute. Aber Gunskirchens 1er Sabur klärt diese brenzlige Situation. Zwei Minuten vor dem Pausenpip des guten Schiri Elmar geht die Oberndorfer Elf etwas glücklich mit 2 zu 0 in Führung. Sandi Disteric spitzelt die Kugel an Nowak vorbei ins Alhamminger Tor. Für Gunskirchen geht es damit mit einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung in die Pause. Mittwoch 23. September 19 Uhr Zweite Runde ÖFB Samsung Cup Wallern gegen Bundesliga-Club Admirer Wacker Kartenvorverkauf im Gasthaus Scheich in Wallern Internationales Eurol-Bergrennen von Esthoven rauf nach St. Agata Samstag 26. September das Training Sonntag 27. September das Rennen Alle Infos auf bergrennen.at Die oberösterreichische Landesgartenschau in Bad Ischl biegt in die Zielgerade ein. Letzter Besuchstag ist der 4. Oktober 2015. Vor dem Ampfiff zur zweiten Hälfte zeigt sich wieder einmal, dass der Sportplatz in Gunskirchen schon sehr in die Jahre gekommen ist. Das Netz muss gepflegt werden. Aber in der Marktgemeinde wird zur Freude der Sportler ja schon eifrig am neuen Sportzentrum gebaut. Ja, da ist es momentan so, dass wir derzeit dabei sind, dass wir wieder Unterlagen in das Wirtschaftsministerium liefern mit einem umfangreichen Lärmschutzgutachten, um das es uns ja auch geht. Die Absenkung ist aus dem Grund notwendig, dass wir den Lärmschutz auch sicherstellen können. Das können wir damit. Das hat uns jetzt auch in Gutachten sichergestellt. Und wir werden jetzt wieder in Bündel an Unterlagen ins Wirtschaftsministerium schicken, um wirklich zu beweisen, dass dort ein Sportzentrum hinkommt und nicht irgendetwas anderes. Wann wird Gunskirchen in diesem Sportzentrum spielen können? Meine Schätzung ist in zwei Jahren. Nachdem das Netz mit Kabelbindern repariert ist, geht es weiter. Und nach einer weiten Flanke von Spielertrainer Koch hat Lederhilger das 1 zu 1 für Alhamming am Fuß. Nur dort, wo der junge Mann hinschießt, da stand noch nie ein Tor. Viel besser zielt da schon Abdullahu bei seinem Freistoß nach gut einer Stunde. Allerdings auch nicht genau genug. Das Spielgerät landet an der Stange des Novak-Heiligtums. Es läuft die 65. Minute. Abdullahu wird auf die Reise geschickt. Alhammings Boli klärt zur Ecke. Den Korner führt Prosic aus. Am langen Eck steigt der 1,70 Meter Riese, Miridon, Abdullahu hoch. Das 3 zu 0 für Gunskirchen in der 67. Minute. Die Dotter 11 hat aber noch lange nicht genug. Eine Viertelstunde vor Schluss ist Mirza, Mamuljin viel zu schnell für die Gästeabwehr. Gunskirchen jetzt 4, Alhamming 0. Genau 60 Sekunden später sehen die 400 am Sportplatz, dass Lirendon Abdullahu schon lange kann, was Roms Florenzi am Dienstag gegen Barcelona gezeigt hat. Ein Traumtor von der Mittellinie bringt das 5 zu 0 für Gunskirchen. Ich habe ihn da nicht schon jahrelang eigentlich immer bei mir. Und ich habe das da schon das eine oder andere Mal gesehen von ihm. Es kommt selten, aber ganz selten auch nicht vor, dass es halt 1 schießt. Dieser Supertreffer ist der letzte in diesem Bezirksliga Südspiel der Runde 6. Die Union Oberndorfer Gunskirchen schlägt die Union Alhamming klar mit 5 zu 0. Es ist derzeit sehr bitter. Wir versuchen immer Fußball zu spielen, von hinten kontrolliert heraus zu spielen. Und werden im Endeffekt in dieser Liga dafür bestraft. Die Gegner fahren Konter, wir verhalten uns hinten schlecht und bekommen Tore. Wir machen Geschenke und damit straffen wir uns selber und verlieren in dieser Höhe. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Wir haben gewusst, dass Alhamming spielerisch sehr gut ist. Fußball ist technisch wirklich eine sehr gute Mannschaft. Ich habe es ja schon beobachtet. Aber wir haben gewusst, wenn wir mit einer gewissen Härte und Disziplin gegen einer spielen, dass wir da drei Punkte machen können.